Ich mache jetzt noch eine Runde. Ich wollte eigentlich jetzt nochmal neu beginnen mit der Auber. Nö. Hardpoint, Capture the Flake, Last Titan Standing, Material Schlacht. Ach komm, wir machen wieder Hardpoint. Wird verbunden. Hammerheil, geile Scheiße. Hure. So. Da ist schon jemand, Rang 2, da skaliere ich doch. Jupp, eindeutig vom System zu leise eingestellt, das merke ich eh nicht. Oder auch nicht, ich weiß es halt nicht. Ja, egal. So, Finger schon an die Tastatur. Warte, dann werden wir jetzt alle wegficken. Was nehme ich denn diesmal für ein Chair? Eigentlich habe ich mit denen so richtig schon angefreundet, den ich gespielt habe, aber... Das mit der Schrotz war auch geil. Vielleicht hätte ich anvisieren sollen, aber sie hatten schon an hier. Das Brain ist alles. Ich glaube ab Level 4 können wir ja unsere eigenen klein geilen Titan zusammenstellen. Und da werde ich, würde ich sagen, da mache ich dann mal so ein kleines Video, was hier in das LP mit reinkommt, wo wir uns Klassen zusammenstellen und all sowas. Also, so anfangsmäßig halt, was man am Anfang hat. Und ab danach werde ich dann immer mal so offscreen. Auch wie in COD und so, wisst ihr, hatte ich dann auch so ein bisschen zocken. Also offscreen ein bisschen, damit ich die Waffen schneller freischalte und all so ein Chitte. Und das war jetzt eigentlich... Das ist aber wirklich Aufnahmesyndrom. Das kann euch jeder sagen. Wenn du aufnimmst, spielst du meistens... Also es ist wirklich... Bei mir ist es so, ich spiele meistens dann schlechter. Es gibt auch manchmal Tage, da spiele ich gut, aber... Irgendwie habe ich keinen Piloten gekillt, obwohl ich die alle drauf gehalten habe. Verstehe ich nicht. Will ich nicht verstehen. Muss ich nicht verstehen. Pisse. Aus deinem Arschloch. Der Pilot ist immer eine Handfeuerwaffe und eine Art alten Abwehrwaffe ausgerüstet. Okay. Relikt. Hotpoint Herrschaft. Aus diesen alten IMC-Wark. Geborgt. Teile. Werden... Oh... Zwei Verwendungen... Hinten... Da... 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 D- Mit dir erstmal rausgelebeschnellen. Hei- Ja, die ist nicht chill! Hei- Hu... Hei- Hammergeil die Smartpist Ich hab noch nicht meine Schnauze aufreißen Wollen wir mal hier Von wo werde ich denn beschossen Hä Alter Nö Charlie steht unter Beschuss Hm Uff An alle Die Milice liegt in Führung Aber noch können wir Die Milice liegt in Führung Aber noch können wir Wollen wir ihn eigentlich ficken oder was Halt her Ruckel 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 Deine Mutti verliert auch Bravo Jeden Tag Wolltest du mich denn eigentlich verarschen Die Milice fällt lämpfliche Hardpoint Los erobern Sie sie zurück Die Milice Ja, bravo. Ja, bravo. Du willst es doch auch. Komm. Ach, der Mutti macht uns fertig. Wir müssen die Mission abbrechen. Ah. Ah. Boah, ich hab ein Assist. Bravo, wird angegriffen. Ah. Ja, bravo, verloren. Oh, schalten Sie mich auf die Droh. Bauen Sie, ein Pilot an Bord erkannt. Sie sollten aufzeigen und die Gefahr manuell beseitigen. Jetzt verfügbar erhöhter Schadensoutput. Dann müssen Sie aufzeigen. Wir kontrollieren jetzt Passwort, bravo. Ach, X. Cool. Die Hälfte der Mission ist erledigt. Machen Sie weiter drucken. Ja, bravo. Ach, du Huren. Bitch. Nein, ich wollte mich ja zurückhalten damit. Charlie steht unter Beschuss. Wir kontrollieren jetzt Startpoint Alpha. Höh. Brrrrrr. Brrrrrrr. Wir haben Charlie verloren. Achtung, wir ver... Tür ist gesichert. Roger, Tür gesichert. Achtung, Ihr Ersatzstreifen wird den 2-2-2-1-2-1-1-1. Juch, du bist doch so ein Bastard. Gut. Alpha wird angegriffen. Sie nähern sich Alpha. Feistkontakt möglich. Ein Zell. Ein D-2-1-2-1-2-1-1-1-1-1-1-1 Verstand! Neutralisierung gestartet. Der Kontakte. Ha 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 Ja man, mach ich doch klar Ja man, mach ich doch gleich Ich komm von der Irren, weil ich nicht mehr schiebt Man Ja bravo Ja bravo Oh 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 no Oh no So So Wir nähern sich Charlie Feindkontakt möglich Ja bravo Oh Oh So Ich will ja mal Alle Ein bisschen Durch gehen Geil Geil An alle Einheiten Mission erfolgreich Gute Arbeit Achtung, die Militgruppen sind geschlagen Aber einige verschränkte Einheiten sind noch im Zielgebiet Lassen Sie wir nicht entfauen Ja Hm 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 Hopp Ja 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 Haben wir jetzt gewonnen Ja 3 Mann, ich spür mich ein Geht besser Ja Ich brauche nur Unendlich Haie ping Haie Der war nicht witzig Der war flach Flach wie Wasser Wasser So Ja Noch 20 Stufe Oh 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 Ja Und Das war's und wir sehen uns Das nächste Mal wieder Bis dahin Hörte ich mich über ein Feedback über das Über das Let's Play hier was ich jetzt so angefangen hab So Wenn ich mal Bock voll Bock auf Titanfall hab Kommt Titanfall Auf jeden Fall Das war's und wir sehen uns das nächste Mal wieder Bis dahin Ciao